1, 2, 3, GO! Guten Tag, meine lieben Homies! Und was geht ab? Wir sind hier wieder in Minecraft und spielen heute Bad Wars. Yo, Bad Wars nicht irgendwie, äh, Star Wars. So eine Bad Wars. Das ist, also ich erkläre das jetzt nicht, das kennt bestimmt jeder. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich werde aber eine große Runde Bad Wars spielen. Ich hab's, äh, muss ich sagen, lang nicht gespielt. Wie ihr wisst, Minecraft hab ich allgemein lang, wähle dein Team. Lang nicht mehr gespielt. Ah, hab ich jetzt schon das richtig getan. Aber, ja gut, ich mein, ich hab mich ein bisschen reingeübt und wie ihr schon in meiner anderen Folge Bad Wars gesehen habt, weiß ich, wie Bad Wars geht. So ähnlich. Das war so ähnlich, ja. Warte, was ist das noch? Achievements. Auf jeden Fall weiß ich nicht mehr, wie das schnell luten geht. Bitte schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich schneller Sachen lute. Das ist mir echt sehr wichtig, weil... Ich will nicht so upragen. Gut. Jetzt spielen wir Bad Wars. Das geht genau... Irgendwie... Ach, da droppt es. Geht mir auch was, du P... Fester, du Pimmel. Schweine und... Wahrscheinlich farmt ihr alles ab, oder? Das ist ja gierige Schweine. Passt. Mal gucken, wo man handeln kann. Hier. Ich weiß auch nicht, wie man hier alles nimmt. Das ist echt nett. Das geht doch mit einem Befehl nochmal. Keine Ahnung, Leute. Bitte in die Kommentare schreiben und jetzt gucken wir mal, wie ich das hier so auf die Reihe kriege. Ein bisschen Bad Wars. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir irgendwie... Ja, das ist jetzt nicht so wie gerade in meinem Anteil-Special, aber... Ich muss auf jeden Fall die Wetten oder irgendwas von den anderen zu stören. Ich lass da mal die Profis hin. Verpiss dich. Können wir aber nachkommen. Geht mir gleich draben, du Griefer. Geht's gut, jetzt muss ich mir noch ein Schwert holen. Jetzt versicke ich mir so ein Stick. Geht's gut, ich muss noch auf Damage mein Schwert. Genau, was gibt's noch? Genau. Passt auf. Und ein Boden, wäre cool. Ja, okay, ist mir klar, dass die teuer sind. Rüstung. Als ob, was war das? Alte Leute. Ganz ehrlich. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen ausfüllen. Du Schwein. Die haben hier die Mitte eingenommen. Verpiss dich. Geh doch weg, Mann. Das passt doch so. Alter. Oh mein Gott. leute leute das ist echt irgendwie ein bisschen schwer wie es auf den sack dass da einer alles abkämt ganz ehrlich dass da einfach da unten im brunnen alle stehen das brätschern aus und doch bewunderte anderen töten wenn ihr das ist schreibt sie in die kommentare Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Irgendwie konnte man das mal alles anziehen ganz fertig. Einen Bogen gesnackt haben. Das bezahlen werden. To the moon! Yo! Wahrscheinlich hat er mich gekillt. Ist okay, man. Ist okay. Ey, ganz ehrlich, das macht mich krank. So, gib das jetzt her, man. Denk ich mir nur so, yo, läuft bei dir. Hm. 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 Ihr müsst doch da rüberrennen und den töten. Hm. 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 Was macht ihr denn? Hm. Anstatt die Basis auszubauen, wie die anderen das machen. Hm. Der kämpft da alles ab. Was ist der Gelb? Der ist Team Gelb. Hm. Noch Team Gelb. Wir sind in der Mitte! Nice! Komm, drop doch mal was Goldenes. Oh Gott. Keine Spitzbücher dabei. Vielleicht die Pfeil ja auch so. Die kriegen sich hier so in Long Rage. Da kommt einer! Uh! Oh! 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 Yeah! Oh! 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 Oh my god! Oh my god! Geht weg! Ernsthaft? So, das musste reichen. Auf jeden Fall noch 2 Gold. Reicht er noch nicht. Der denkt mir so, yo. So true. Leute, das reicht schon. Ich hab das ernsthaft mit Eisen jetzt bezahlt, alte Leute. Was ist denn los bei mir? Gut. Die Runde Bad Wars kann vielleicht ein bisschen länger gehen. Eine bisschen länger Folge ist nicht schlimm. Obwohl ich, glaub ich, split the beat. Genau. Wir stellen uns hier in die Ecke und sagen, man sieht sich in der nächsten Bad Wars Folge. Das heißt in der nächsten. Der Teil 2 von dieser hier. Schaltet ihn da ein. Und erfahrt, wie es weitergeht. In der nächsten Folge. Ja und so rein, Leute. Schreibt mir bitte das schnell in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.